23.3. haben wir, gell? Ja, richtig. Ja, wir sind auch voll im Stress jetzt mal wieder diese Woche, trotz der ganzen Situation momentan. Haben hier ein geiles Projekt, da möchte ich mich noch im Hintergrund beim Jan bedanken, wo wir gemeinsam dieses Projekt machen werden. Haben wir selber so auch noch nie gemacht. Und zwar geht es um den aktuellen TTRS, der Serie 400 PS hat und mittlerweile auch so ein Stage 1 drauf hat. Und ich schätze, oder wir schätzen mal etwas mehr wie 500 Pferde. Und richtig schnell ist er schon. Da machen wir noch schöne Videos dazu. 0 auf 100, 100 auf 200 Vmax und so. Wartet drauf, seid gespannt. Das Ding ist richtig schnell. Ja, was kriegt der Aeropaket Kit, wo wir selber eins. Performance Parts. Wer mag ich schon herfinde? Ja, ca. 10.000 Euro kostet der Kit. Das ist das größte oder das größte Paket, was man kaufen kann. Der extra Heck-Spoiler, die Fuguson-Zeit, die Speller, Flaps, Frontlippe. Also da haben wir richtig was zu tun. Und das ist alles echt Carbon etc. Wird ein geiles Projekt. Da werden wir ein paar Tage für brauchen. Danach geht es dann eine Seite links rüber. Zu unserer Keramik-Coaching-Seite. Dann wird er noch volle Leute auf Keramik bekommen. Dass das Ding natürlich auch noch richtig schön glänzt und auch noch einen ganzen Schutz hat. Beziehungsweise auch die Carbon-Teile, die Kunststoff-Teile mit Keramik beschichten, dass die alle gegen leichte Kratzer etc. geschützt sind. Und auch der ganze Track dort nicht zu heften bleibt. Weil das Paket ist richtig teuer. Jo. Hinter geht es schon los. Er gibt richtig Gas. Luca, ich danke fürs Filmen. Und wir werden so ein paar Zeitraffer-Videos machen. Ich denke mal so 3-4 Videos werden das werden. Verfolgt uns da auf YouTube, wie wir diese Kiste inbauen. Das wird mega. Und vor allem es gibt dann auch Belüftungen rechts und links, die aufgewacht werden. Dass auch richtig Luft kommt, was die Bremse angeht. Also da wird schon richtig umgebaut. Dazu haben wir 80 Seiten ausgedruckt. So ist es. Also, wir geben Gas. Wir legen los. Bis nachher. Ciao.